Heinz Ludwig war einer von ca. 100.000 Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg 1942 in Stalingrad in Gefangenschaft gingen. Von diesen 100.000 Männern überlebten nur 6.000 die Strapazen und kehrten nach Deutschland zurück. Er war einer von ihnen. Meine Erlebnisse während des Krieges und der Gefangenschaft So fing alles an. Es war der 70. Geburtstag meiner Frau Renate. Wir saßen beisammen und unterhielten uns über gute und schlechte Zeiten. Ich sprach über einige Erlebnisse aus der Zeit des Krieges und der Gefangenschaft. Das musst du einfach mal aufschreiben, meinten meine beiden Schwestern Christa und Brigitte. Als ich dann nach mehreren Aufforderungen zusagte, war mir jedoch noch nicht klar, worauf ich mich da eigentlich eingelassen hatte. Womit soll ich überhaupt anfangen? Ich erinnerte mich. Ich besuchte acht Jahre die Volksschule. Dann kam die Lehre als Maschinenschlosser und die Berufsschule. Beides nahm mich sehr ernst und erreichte gute Ergebnisse. Bereits im zweiten Lehrjahr wurde mir als einzigen Lehrling der Bau von Maschinen übertragen, die für England und Frankreich bestimmt waren. Später wanderte ich durch alle Betriebsabteilungen von der Schmiede bis zum Konstruktionsbüro. Ich will damit nur zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten mir offen standen, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Aber ich hatte auch noch andere Vorstellungen und Pläne. Besonders interessierte ich mich für alles, was mit Film und Filmtechnik zu tun hat. Mein Wunschziel war die deutsch-italienische Filmunion. Also musste ich die italienische Sprache lernen. Aber wie und wo? In einer großen Chemnitzer Buchhandlung gab es ein Material zum Selbststudium. Da es für meine Verhältnisse zu teuer war, habe ich es einfach klauen müssen. Zu Hause musste ich dann heimlich damit arbeiten. Es durfte ja keiner sehen. Sehr weit bin ich jedoch mit dem Studium nicht mehr gekommen. Außerdem beschäftigte ich mich mit einem Buch von Richard Groschup. Darin konnte man lernen, wie man ein Film-Drehbuch aufbaut. Diesmal brauchte ich nicht zu stehlen. Ich kaufte es mir im Antiquariat. Natürlich begann ich auch gleich damit, meine Kenntnisse umzusetzen. In einer Zeitschrift hatte ich eine Geschichte mit dem Titel »Zwei jungen Menschen war die Liebe begegnet, aber mit einem verborgenen Lächeln vorübergegangen« gelesen. Das sollte mein erstes Drehbuch werden. Ich habe die ersten Entwürfe sogar mitgenommen, als ich zur Armee eingezogen wurde. Doch wieder war es der Krieg, der die Entwicklung meiner Talente auf diesem Gebiet zerstörte. Meine Schwester Christa hat gefragt, warum ich mich freiwillig an die Front melden wollte. »Wir wurden einfach so erzogen«, war meine Antwort. Jungvolk und Hitlerjugend waren eine gute Schule, solche Gedanken zu wecken. Ununterbrochene Siegesmeldungen im Radio und in der Wochenschau, die Gewissheit, dass der Krieg sowieso bald zu Ende ist, stärkten die Meinung. Da musst du dabei sein, da darfst du nicht zu spät kommen. Den Dämpfer bekam ich jedoch dann von meinem Vater mit seinen Kriegserfahrungen. Inzwischen hatte das sowieso keinen Sinn, denn ich war UK, unabkömmlich, gestellt worden. Dafür musste ich nun Granaten drehen. Das war eine langweilige und eintönige Arbeit, den ganzen Tag die gleichen Handgriffe. Am 9. Februar 1942 musste ich aber dann doch zum Infanterieregiment 102 in Chemnitz einrücken. Die Ausbildung bestand hauptsächlich aus Strafdiensten. Einen Grund dafür fand man immer. Mal war das Bett nicht richtig gemacht, die Wäsche im Spindlack nicht Kante auf Kante oder ein Haar wurde im Kamm gefunden. Manchmal war das Soldatenleben aber auch lustig. Neben der Kaserne und dem Exercierplatz befand sich der Rummelplatz. Während wir mit hinlegen, aufstehen, hinlegen auf dem Kopfgeschloss kehrt, aufstehen, Hände zuvorhalte, Häschen, Hüpf und so weiter auf den Krieg vorbereitet wurden, erklang mehrmals hintereinander vom Riesenrad die Melodie Es ist so schön, Soldat zu sein. Ausgebildet wurde ich am SMG, schweren Maschinengewehr. Die einzelnen Teile und ihre Wirkungsweise lernte ich schnell. Schwerer war es, das Maschinengewehr, die Lafette und die Patronenkästen durch den verschneiten Winterwald zu schleppen. Dazu gab es natürlich auch ein paar Einlagen, wie zum Beispiel Feind von rechts, Feind von links, Tieflieger von vorn. Ging mir nicht schnell genug in Stellung, musste das geübt werden. Waren dann die Waffen gereinigt, die Uniform wieder in Ordnung, Stiefel und Koppel geputzt, war Schlafenszeit. Aber vorher war noch Stubenkontrolle. Wir standen dann alle im Nachthemd vor unseren Spinden. Meist hatte sich der die Stube abnehmende Unteroffizier mit weißen Handschuhen bewaffnet. Damit kann man dann den Staub besser finden. Wieder einmal waren wir dran. Wir mussten im Nachthemd mit Gasmaske, Stahlhelm und Koppel auf dem Korridor antreten. Dann durften wir uns hinlegen, aufstehen, hinlegen, aufstehen und so weiter. Als wir wieder angetreten waren, fragte der Unteroffizier, die Nachthemden betrachtend, wann wollen Sie denn diesen Kohlensack wieder einmal ausziehen? Einmal am Wochenende hatte mich mein Vater besucht. Er war sehr interessiert und wollte alles ganz genau wissen. Gleichzeitig mit ihm war auch meine Freundin, eine Zahnarzthelferin, da, die ich gerade kennengelernt hatte. Wir haben uns zwar noch Briefe geschrieben, aber leider nie wieder gesehen. Auch meine Mutter hat mich mit meiner Schwester Brigitte in der Kaserne besucht. Dabei hatte ich Gelegenheit, mit Brigitte auf dem Arm, den Kameraden stolz meine kleine Schwester als meine Tochter zu präsentieren. Kaum war die Grundausbildung beendet, bekamen wir im 1. April 1942 den Marschbefehl nach Altenburg und landeten beim Artillerie-Regiment 304. Nun hatten wir 10,5 cm Geschütze, viele Pferde und Wagen. In Altenburg blieben wir jedoch nur einige Tage, wurden neu eingekleidet und ausgerüstet und auch im April 1942 nach Frankreich in Marsch gesetzt. Unser Ziel war Dünkirchen und später Ostende in Belgien. Trotz des Krieges verlebten wir einen verhältnismäßig ruhigen Sommer an der Kanalküste. Zunächst musste ich erst einmal reiten lernen. In der ersten Reitstunde bekam ich ein ziemlich hohes Pferd zugewiesen. Ich dachte, mit Hilfe des Steigbügels kann es kein Problem sein, da hinauf zu kommen. Großer Irrtum. Das erste Kommando lautete Steigbügel hoch und die Steigbügel mussten unter den Sattel geschoben werden. Erst dann kam das Kommando Aufsitzen. Ein Glück, dass ihr nicht sehen konntet, wie ich vergeblich am Pferd hochgesprungen bin. Mit etwas Hilfe saß ich dann schließlich doch oben. Jetzt hatte ich Sattel, Zügel und Pferdehals, um mich irgendwie festzuhalten. Wieder ein Irrtum. Das nächste Kommando lautete Arme zur Seite halte. Dann trabten die Pferde los. Ich bemühte mich mit Erfolg, oben zu bleiben. Das wurde dann vom Reitlehrer mit den Worten, sie sitzen da oben wie ein nasser Sack, anerkannt. Das war der Anfang. Aber dann habe ich es sehr schnell gelernt. Weniger in den Reitstunden, sondern weil ich sofort mit ausreiten musste. Während sich einige Kameraden immer wieder wundritten und abends die blutigen Unterhosen in der Waschschüssel abweichen mussten, blieb mir das Gott sei Dank erspart. Da wir uns im Feindesland befanden und mit Angriffen der Engländer und der Amerikaner zu rechnen war, mussten wir trotz der Ruhe wachsam sein. Als MG-Schütze war ich für die Luftsicherung mitverantwortlich. Dazu hatten wir auf freiem Feld in der Nähe unserer Feuerstellung eine runde Grube gegraben. In der Mitte stand auf einem Dreibein das Maschinengewehr. In diesem Loch stand ich, wartete auf Flugzeuge, um sie abzuschießen, bis ich abgelöst wurde. Es kamen aber nie welche. Einmal an einem herrlichen Sommertag bewachte ich das Maschinengewehr. Es war eine Batterieübung angesetzt. Die dauerte in der Regel den ganzen Tag und führte Mannschaften und Offiziere ziemlich weit weg. Mir war es mit der Zeit langweilig geworden. Trotz Verbot setzte ich mich, nur für kurze Zeit, in die Grube und guckte in den Himmel. Als ich dann wach wurde, musste ich feststellen, dass mein Maschinengewehr verschwunden war. Als ich den Schreck überwunden hatte, machte ich Meldung. Ich bekam den Befehl, mich feldmarschmäßig in der Schreibstube zu melden. Als ich dort ankam, lag mein Maschinengewehr auf dem Tisch. Was war passiert? Die Übung war schneller zu Ende und der Chef wollte mich kontrollieren, weil ihm das Loch so leer vorkam. Ich hatte mir vor dem Feind, während der Wache, das MG klauen lassen. Dafür wollte mich mein Batteriechef vors Kriegsgericht bringen. Zum Glück setzte sich ein Offizier für mich ein, denn ich hatte eigentlich viel zu lange Wache gestanden. Meine Wache hatte nachts begonnen und wegen der Übung hatte man vergessen, mich abzulösen. So kam ich mit 14 Tagen verschärften Arrest davon. Ich wurde einer kleinen Hütte eingeschlossen, bekam nur jeden dritten Tag volle Verpflegung und einen Strohsack zum Schlafen. Die übrige Zeit gab es nur Wasser und Brot und eine Holzbritsche. Einmal war an der Küste ein Übungsschießen angesetzt. Um die Ziel- und Schussgenauigkeit kontrollieren zu können, stellten wir am Tag vorher bei Ebbe alle 50 Meter Pfähle auf. Leider hatte die Flut alles wieder weggespült. Es mussten also in Eile neue Pfähle aufgestellt werden. Das Wasser ging aber nur langsam zurück. Eifrig, wie ich nun mal bin, ging ich schon voraus, um die Stelle für den nächsten Pfahl zu suchen. Dabei geriet ich in ein Wasserloch, rutschte ab und wurde vom zurückgehenden Wasser sofort mitgezogen. Und das als Nichtschwimmer. Das Einzige, was mir gelang war, mich auf ein Schiffswrack, das etwa 100 bis 150 Meter entfernt war, zutreiben zu lassen. Die Wellen warfen mich immer wieder gegen das Schiff, bis ich mich festhalten und hochziehen konnte. Das Wrack, auf dem ich nun saß, diente aber auch Tiefliegern als Zielscheibe. Es war nicht besonders angenehm, als ein Tieflieger anfing auf mich zu schießen. Aber Gott sei Dank pfiffen alle Geschosse vorbei. Von Land aus wurden immer wieder Zeichen gegeben, dass ich zurückkommen sollte. Als man endlich merkte, dass ich aus eigener Kraft nicht konnte, wurde ich mit einem Boot abgeholt. Wieder am Land angekommen, musste ich mich beim Kommandierenden General melden, um über das Vorgefallene zu berichten. Diesmal gab es keine Strafe. Ich bekam für diesen Tag Dienst frei. Aber vorher wurde ich von oben bis unten mit Jod eingepinselnd, denn durch das Rauf- und Runterrutschen an der Schiffswand hatte ich mir jede Menge Hautabschürfungen geholt. Spaß hat es gemacht, durch die Dünen oder am Strand zu reiten. In einer kleinen Gruppe haben wir uns sogar am Zirkusreiten geübt. Wir sind zum Beispiel während des Reitens um den Hals und den Bauch des Pferdes geklettert, sind auf dem Sattel kniend oder sogar stehend geritten. Wer beim Reiten das Käppi verlor, musste eine Runde bezahlen. Oder es gelang ihm, einen Stiefel im Steigbügel, den anderen Stiefel auf dem Sattel liegend, den Oberkörper und die Arme an der Seite des Pferdes herunterhängend, im Galopp an der Mütze vorbeireitend, diese wieder aufzuheben. Weniger schön war übrigens der Stalldienst und die Pferdepflege. Inzwischen wurde ich zum K.O.B., Kriegsoffiziersbewerber, sichtbar durch zwei Silberschlaufen auf den Schulterklappen und zum Rechten- und Vermessungstruppführer befördert. So war der Sommer und Herbst vergangen, ohne viel vom Krieg gemerkt zu haben. Im Dezember 1942 wurden wir verladen und nach Russland transportiert. Wir sollten den in Stalingrad eingeschlossenen Truppen zu Hilfe kommen. Nach langer Bahnfahrt hatten wir endlich unser Ziel erreicht, einen Bahnhof irgendwo in der Ukraine, den Namen habe ich leider vergessen. Wir hatten gerade mit dem Ausladen begonnen, als der Bahnhof an russischen Bombern angegriffen wurde. Was sich da abspielte, war grausam. Außer unserem Transportzug waren noch ein Lazarett, ein Munitions- und ein Verpflegungszug getroffen worden. Ich kann auch heute noch nicht das ganze Chaos in Worte fassen, aber vergessen kann man so etwas nie. Der größte Teil... Der größte Teil meiner Kameraden war tot oder verwundet. Der Mantel eines Offiziers, der am Abteiligen, war von 72 Splittern zerfetzt worden. Am schlimmsten... Am schlimmsten sah es im Lazarettzug aus. Wieder einmal hatte ich großes Glück und nur ein paar Schramm abbekommen. Jetzt mussten die Verwundeten versorgt, die Toten begraben, die Lebenden untergebracht und das Trümmerfeld aufgeräumt werden. Dazu müssten wir längere Zeit in diesem Ort bleiben und warten, bis Ersatz eintraf und wir neu ausgerüstet wurden. Ich bekam den Auftrag, ein Objekt für die Kommandozentrale ausfindig zu machen. Beim Bürgermeister fand ich das geeignete Objekt. Von hier leiteten die drei noch einsatzfähigen Offiziere die erforderlichen Maßnahmen ein. Ich wohnte auch in diesem Haus und war zum Telefondienst und als Melder eingesetzt worden. Die nächsten Wochen verliefen, bis auf einige Überfälle durch Partisanen, ziemlich ruhig. Jetzt könnte ich diesen Ort verlassen, wenn ich nicht noch über eine kleine Episode berichten müsste. In der Kommandantur wohnte auch Nina. Sie war 17 Jahre alt und sah in ihrer weißen Bluse, dem blauen Samtrock, dunklem Haar und dunklen Augen sehr, sehr gut aus. Es ergab sich einfach, dass wir uns täglich begegneten und uns oft im gleichen Raum auffielten. Wir fuhren gemeinsam mit dem Schlitten zum Brunnen, um Wasser zu holen. Mit Hilfe einer kleinen Broschüre lernten wir die ersten Worte Russisch bzw. sie Deutsch. Sie nähte Knöpfe an und stopfte Löcher und so weiter. Als ich einmal etwas später von einem Kontrollgang zurückkam, stand sie im Nachttent im Korridor, kam auf mich zu und legte mir ihre Arme um den Hals. Erschrocken machte ich mich sofort wieder frei. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens, es hätte ja einer der Offiziere kommen können. Zweitens, jetzt könnt ihr lachen, hatte ich mir fest vorgenommen, die erste Frau, mit der ich ins Bett gehe, ist die Frau, die ich heirate. Nina hat es nie wieder versucht. Dann waren wir wieder einsatzbereit und mussten zum Abmarsch antreten. Ich nahm mein Gepäck und gab Nina zum Abschied die Hand. Der Abmarsch verzögerte sich und ich dachte über den Abschied nach. Ich ging zurück, steckte einen Handschuh in die Tasche und tat so, als ob ich ihn suchte. Nina saß im Zimmer und weinte. Gemeinsam suchten wir den Handschuh und dann verabschiedete ich mich mit einem Kuss. In einer anderen Zeit und unter anderen Umständen wären wir vielleicht ein sehr schönes Paar geworden. Nun ging der Marsch in Richtung Stalingrad weiter. Wir waren bis 50 Kilometer an die Vororte von Stalingrad herangekommen, als die Russen ihre Offensive begannen. Wir lagen auf freier Fläche im Dreck und konnten kaum die Nase heben. Um nicht eingeschlossen zu werden, mussten wir uns zurückziehen. Es begann ein langer und verlustreicher Rückzug. Dann kam der russische Winter. Das Thermometer sank weit unter Null, zeitweise auf minus 30, minus 40 Grad. Die endlosen Entfernungen, die wir zurücklegen mussten, der eisige Wind, die fehlenden Unterkünfte und vor allem die nicht vorhandene Winterbekleidung führten zu schweren Frostschäden. Einige meiner Kameraden zum Beispiel waren nicht zu bewegen, vom Pferdewagen abzusteigen und mal ein Stück zu laufen. Als sie nach längerem Marsch absteigen wollten, ging das mit eigener Kraft nicht mehr. Ihre Beine waren schon bis zum Knie schwarz gefroren. Ich bin die ganze Zeit gelaufen und habe mein Pferd am Zügel geführt. Trotzdem habe ich mir ein paar Zehen und eine Ferse angefroren. Deshalb musste ich ein halbes Jahr später noch mit einem Reit und einem Filzstiefel in den Urlaub fahren. Auf Panzern und Selbstfahrlafetten, die aus dem Einsatz kamen, waren viele Verwundete mit ihrem Blut festgefroren. Das Brot war so hart gefroren, dass wir mit einer kleinen Handsäge Scheiben absägen mussten, um sie dann aufzutauen. In einer längeren Marschpause wollten wir eine Grube graben, um darin etwas geschützt schlafen zu können. Selbst mit Handgranaten und Schießpulver kamen wir nicht in die hartgefrorene Erde. Unter aufgespannten Zeltplanen von einem Bein auf das andere trampelnd, erreichten wir einen Dämmerschlaf, fielen um und das Spiel begann von vorn. Die Russen waren viel besser auf den Winter vorbereitet und ausgerüstet. So manches Kleidungsstück gefallener Russen wechselte den Besitzer. Dann kam der Wetterumschwung. Starke Regenfälle und Tauwetter verwandelten das Land in eine Schlammwüste. Unsere Geschütze und Munitionswagen sanken tief in den Morast ein. Um ein einziges Geschütz aus dem Schlamm zu ziehen und weiterzukommen, waren oft mehrere Pferdegespanne erforderlich. Das war sehr anstrengend und zeitraubend. Einmal sind wir mit dem letzten Geschütz gerade noch weggekommen, bevor die russischen Panzer in unserer verlassenen Feuerstellung standen. Wegen der großen Verluste, durch Erfrierungen, Krankheiten und Ausfälle durch Beschuss, brauchten wir Verstärkung, um die Lücken zu schließen. Die Einheiten waren oft kilometerweit auseinandergezogen. Zum Einsatz kamen rumänische, italienische und ungarische Einheiten, worüber wir nicht gerade begeistert waren. Wegen der großen Entfernungen war die Versorgung zusammengebrochen. Wir erhielten weder Kleidung noch ausreichend Verpflegung. Ich beobachtete, wie ein paar Kameraden, die es geschafft hatten, in ein großes Verpflegungslager hineinzukommen und mit ein paar Konservendosen herauskamen, sofort von den Feldgendarmen erschossen wurden. Eine halbe Stunde später wurde das Verpflegungslager gesprengt, damit es den Russen nicht in die Hände fiel. Gesprengt wurde auf dem Rückzug alles. Damit sollte den Russen der Vormarsch erschwert werden. Dazu gab es extra Kommandos, die diese Aufgabe systematisch erfüllten. Jede kleine Hütte, die Reste von Ruinen, jede Eisenbahnschiene und Eisenbahnschwelle, jede kleine Brücke flogen in die Luft. Kurz bevor der Nepperstaunamm gesprengt wurde, sind wir noch rübergefahren. Bei den ersten Aufräumungsarbeiten war ich dann auch wieder dabei. Bekanntschaft machten wir auch mit den Stalinorgeln. Wenn 48 Geschosse auf einmal abgeschossen werden und einschlagen, hat das nicht nur große moralische Wirkung. Wir wurden einmal von mehreren Stalinorgeln gleichzeitig beschossen. Das war die Hölle. Es gab viele Verwundete und Tote, Soldaten und auch Pferde. Auch mein Pferd wurde von einem Splitter getroffen und musste erschossen werden. In diesem Zusammenhang kam ich kurz in ein Feldlazarett. Wir lieferten dort Schwerverletzte ab. Es war ein einfaches, größeres Zelt auf freiem Feld. Das Bild, das ich uns dort bot, kann man einfach nicht vergessen und auch kaum wiedergeben. Behandelt wurden dort nur Schwerverwundete. Die sanitäre Einrichtung war primitiv. Eine Amputation folgte der nächsten. Die Ärzte sahen aus wie schlechter. Die Luft im Zelt war schlecht. Verwundete stöhnten. Ihre Verbände waren durchblutet. Einmal, ich war allein mit einem Pferdeschlitten unterwegs, überraschte mich eine Nähmaschine. Das ist ein Flugzeug, dessen Motorengeräusch einer Nähmaschine ähnelt. Es fliegt nicht sehr schnell und nicht sehr hoch. Es ist mit einem Maschinengewehr ausgerüstet und der Pilot wirft kleine Bomben und Sprengkörper einfach massenweise aus dem Flugzeug. Ich konnte gerade noch in Deckung gehen, als der Pilot seine Ladung auskippte. Entweder wurde mein Pferd getroffen oder bekam nur einen Schreck, es lief weg und wurde nie wieder gesehen. Ich blieb am Leben. Wie nah die Russen und wir uns oft waren, zeigt dieses Beispiel. Wir hatten in einem Dorf Halt gemacht, um dort zu übernachten. Das Dorf war wie ausgestorben. Alles war ruhig. Trotzdem gingen regelmäßig Streifen durch das Dorf. Kurz nach Mitternacht war ich mit einem Kameraden an der Reihe. Wir waren noch nicht sehr weit von unserem Quartier entfernt, als wir etwas Verdächtiges wahrnahmen. Wir gingen in das nächste Haus und machten unsere Taschenlampen an. Dort schliefen etwa 30 bis 40 Russen auf dem Boden. Kaum war der Überraschungsmoment überwunden, ratterten schon die ersten Maschinenpistolen los, aber wir waren schneller und verschwunden. Der Rest der Nacht verlief ruhig. Keiner hat den anderen weiter gestört. Alle waren zu sehr erschöpft und froh, ein wenig Ruhe zu haben. Dann stockte der Rückzug. Es kam zum Stellungskrieg. Wir saßen nun am linken Donnenuferfest. Unsere Feuerstellung befand sich auf einer großen, freien Fläche. Wir wohnten in Erdbunkern, wie so oft. Pferde und Wagen waren in einem kleinen Ort eine halbe Stunde entfernt untergebracht. Regelmäßig, wenn sie nicht gerade unter Beschuss lagen, kamen die Essensträger von dort, um uns zu versorgen. Zwei Offiziere waren ständig auf der B-Stelle. Die oft ein bis zwei Kilometer weiter vorn lag. Mit dem Scherenfernrohr beobachteten sie das Gelände und bestimmten die Ziele, die beschossen werden sollten. Waren diese festgelegt, bestand meine Aufgabe darin, die erforderlichen Kommandos zu berechnen und an die Geschütze weiterzugeben. Dazu gehörte, die Entfernung zu bestimmen, wie weit die Geschützrohre nach rechts oder links und nach oben zu drehen waren, wie stark die Pulverladung sein musste und so weiter. Dabei hatte ich auch die Windrichtung und Windstärke zu berücksichtigen. War alles eingestellt, meldeten die Geschützführer, feuerbereit! Und ich gab das Kommando, Batterie, Feuer! Von der B-Stelle wurde beobachtet, wo die Geschosse einschlugen und eventuell erforderliche Korrekturen wurden durchgegeben. Natürlich ist dieser ganze Vorgang noch viel komplizierter. Auch der Standort unserer Feuerstellung wurde herausgefunden und beschossen. Einen Volltreffer, den wir erhielten, kann ich nicht vergessen. Dieses Bild sehe ich immer noch genau vor mir. Vor dem Schießen wurden in der Nähe der Geschütze Granaten bereitgelegt. Einer dieser Stapel wurde getroffen und explodierte. Ich sah, wie die gesamte Mannschaft, die gesamte Geschützbedienung durch die Luft geschleudert und zerrissen wurde. Keiner von ihnen hat überlebt. Wurde es zu gefährlich, weil sich die Russen zu genau auf uns eingeschossen hatten, musste die Feuerstellung gewechselt werden. Ich zog damit Richtkreis und Messlatte los, um die neue Feuerstelle zu vermessen und die Standpunkte der einzelnen Geschütze zu bestimmen. Einmal war ich nicht zeitig genug losgeritten und als der Chef mit den Geschützen kam, war ich noch nicht fertig mit dem Vermessen. Zur Strafe musste ich fünf Nächte je vier Stunden schanzen. Ich habe nicht viel geschippt, aber aus voller Kehle gesungen »Es steht ein Soldat am Wolkastrand«. Die einzige Verbindung zur Heimat war die Feldpost. Neben den engsten Angehörigen wurden deshalb weitere Briefpartner gesucht. Angebote gab es genug. Ich habe es einmal, aber nur für kurze Zeit, auf fünf oder sechs Briefpartner geschafft. Da Briefe schreiben ganz schön anstrengend sein kann, hatten alle Briefe der Einfachheit halber den gleichen Inhalt. Einen davon erhielt Marianne. Im Café Freund las sie diesen ihrer Freundin Sonja vor. Bis vom Nebentisch gefragt wurde, »Heißt dieser Heinz vielleicht Heinz Ludwig?« »Es war die Zahnarzthelferin von damals. Sie hat hier einen gleichen Brief bekommen.« Wie es im Café dann weiterging, weiß ich nicht. Da wir meist in der Steppe herumlagen, blieben die Läuse nicht aus. Wir hatten grüne Wehrmachtspullover mit und ohne Abend. Das waren gute Brutstätten für dieses Ungeziefer. Ich weiß nicht, wie viele Maschen ein solcher Pullover hat, aber in jeder Masche saß eine Laus. Eine Freizeitbeschäftigung bestand darin, jede einzelne Laus zwischen den Daumennigern zu knacken. Fertig wurde man damit nie. Und das Ergebnis war gleich null. Weil eine relative Ruhe eingetreten war, durfte ich nach Hause in den Urlaub fahren. Über den Urlaub selbst will ich hier nichts schreiben. Auf jeden Fall war es schön, wieder einmal zu Hause zu sein. Die Rückfahrt zur Front ging über Warschau. Dort hatte ich die Weiterfahrt zu klären. Beim Suchen der Verbindungen und Abfahrtszeiten auf dem Warschauer Bahnhof bot sich hilfreich eine junge Polin an. Als feststand, dass mir bis zur Abfahrt sehr viel Zeit blieb, ging ihr Hilfsangebot sogar weiter. Ich müsste doch nicht so lange auf dem Bahnhof herumstehen. Sie wohne gleich in der Nähe. Dort könnte ich mich waschen, rasieren und sogar ein wenig schlafen. Mir war klar, dass das Angebot noch viel weiter ging. Was sollte ich nun machen? Mit meinen guten Vorsätzen? Ich kannte jetzt den Krieg, wusste nicht, ob ich überhaupt zurückkommen würde und 21 Jahre alt war ich auch schon. Also ging ich mit. Es wurde alles so wie angeboten. Geld konnte ich ihr nicht geben, sie hat auch keins verlangt. Denn bei der Abreise hatte ich Mutter alles gegeben, was ich besaß. Aber ich hatte vorher für mehrere Tage Marschverpflegung gefasst. Die habe ich mir mit ihr geteilt. Wieder bei meiner Einheit angekommen, gab es schlechte Nachrichten. Der Beschuss war stärker geworden, die B-Stelle hatte einen Volltreffer abbekommen. Unser Batteriechef und ein weiterer Offizier waren gefallen. Starke russische Panzerverbände waren mit Anmarsch. Tieflieger griffen uns an. Schließlich mussten wir unsere Feuerstellung aufgeben. Jetzt ging es mal vorwärts, mal rückwärts durch die Ukraine. Die Richtung bestimmten die Russen. Schachti, Rostov am Don, Krasnodar, Melitopol, Schersom und Odessa sind einige Orte, die unseren Weg kennzeichneten. Da in dem weiten Land unsere Einheiten oft kilometerweit auseinanderlagen, war es den Panzern leicht möglich, durchzubrechen und uns einzuschließen. So wurden wir oft eingekesselt und mussten uns irgendwie freikämpfen oder durchschleichen. Zweimal war die Lage so aussichtslos, dass wir unsere Geschütze sprengen und alles andere vernichten oder unbrauchbar machen mussten. Es verblieben nur die persönlichen Waffen, MP, Karabiner und Pistolen, am Mann. War irgendwo eine Lücke gefunden, wurde der Ausbruch versucht. Alles war so am Körper befestigt, dass nichts klappern konnte. Die Pferde wurden im Halfter geführt, es gab Rauch und Sprechverbot. Die Verständigung erfolgte durch Zeichensprache. Das ging aber nicht immer gut. Wenn wir keine Geschütze hatten, wurden wir als Infanteristen eingesetzt. Einmal war ein Nachtangriff der Russen zu erwarten. Wir lagen ihnen nur 50 bis 60 Meter gegenüber. Zwischen uns war freies Feld. Als es dunkel war, schossen die Russen einen Strohhaufen in Brand. Das war das Angriffssignal und sollte uns blenden. Mit Hurra kamen die Russen herangestürmt und überrannten uns einfach. Einige andere und ich legten uns hin und stellten uns tot. Die zweite Linie hinter uns konnte die Angreifer aufhalten und zurücktreiben. Wir standen wieder auf und beteiligten uns am Gegenangriff. Eines Tages waren die uns zur Verstärkung zugeteilten rumänischen und italienischen Einheiten verschwunden. Einfach abgehauen. Nun hatten wir rechts und links Russen. Wir saßen in einem Schlauch, der nur vorn offen war. Wir bekamen den Befehl, den Eingang des Schlauches so lange zu sichern, bis sich alle Einheiten, die sich im Schlauch befanden, an uns vorbei abgesetzt hatten. Als wir endlich auch den Schlauch verlassen durften, lag die Brücke, über die wir mussten, unter starkem Artilleriebeschuss. Rechts auf einer Höhe waren zehn bis 15 Panzer aufgefahren, da war kaum durchzukommen. Es musste mit hohen Verlusten gerechnet werden. Nach einem Blick auf die Karte entschloss ich mich, meine Einheit zu verlassen, einen Bogen zu schlagen und die Brücke zu umgehen. Zunächst ging auch alles gut. Ich lief über ein großes freies Feld. Nach einer Weile gesellte sich ein Unteroffizier zu mir, der den gleichen Gedanken hatte wie ich. Bei einem Strohschober sahen wir einige herrenlose Pferde. Wir gingen hin, kein Mensch in der Nähe, suchten zwei gesattete Pferde aus und saßen auf. Als wir losritten, kam ein Reiter auf uns zu. Erst als er ganz nah bei uns war, entdeckten wir den Sowjetstern auf seiner Pelzmütze. Der Unteroffizier versuchte, nach seiner Pistole zu ziehen, da fiel ein Schuss und der Unteroffizier stürzte vom Pferd. Im gleichen Moment hatte ich die Pistole auf der Brust und wurde aufgefordert, die Hände zu heben. Damit begann für mich der Marsch in die Gefangenschaft. Das war am 16. März 1944 am Ingol. Ich durfte auf dem Pferd sitzen bleiben und sogar meine Waffe behalten. Ich bekam die Richtung gezeigt, in die ich reiten sollte. Nachdem ich etwa einen Kilometer in einem Bahndamm entlang geritten war, wurde ich angehalten, entwaffnet und in ein Bahnwärterhäuschen eingewiesen. Dort warteten schon 10 bis 15 deutsche Soldaten. Die Stimmung war nicht die beste. Die deutsche Propaganda hatte uns ja eingehämmert, dass die Russen keine Gefangenen machen. Jeder nahm still für sich Abschied. Die letzten Briefe wurden noch einmal gelesen und Fotos angesehen. Dann passierte es. Ein Rotarmist mit der Pistole in der Faust fordert uns auf, einzeln herauszukommen. Die ersten gingen, wir hörten es knallen. Ich ging auch und wartete auf den Genickschuss. Nichts passierte. Stattdessen mussten wir einzeln über ein freies Feld laufen. Einzeln, weil der Weg unter Beschuss lag. Auf der anderen Seite angekommen, wurden wir empfangen und einem Kolschosenstall gesammelt. Dort befanden sich schon etwa 800 Gefangene. Wir wurden registriert, das dauerte seine Zeit. Dann sollten sich zehn Mann für den Küchendienst melden. Nach mehreren erfolglosen Aufforderungen meldte ich mich als Dritter. Ich dachte, was soll dir schon dabei passieren? Es kamen dann doch zehn Mann zusammen für den Küchendienst. Ein Rotarmist forderte uns auf, ihm zu folgen. Er sprach sehr gut Deutsch und wir fragten ihn unterwegs, wo er das gelernt habe. Er antwortete, in Essen. Ich bin genauso ein Deutscher wie ihr. Ich arbeite für das Nationalkomitee Freies Deutschland. Ich bringe euch auch nicht in die Küche, sondern zu unserem Politkommissar. Er hat einen Auftrag für euch. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen. Trotzdem ging mir ganz schön die Muffe. Erst Küche, dann Politkommissar? In der Kommandatur wurden wir freundlich von Kapitan Reutemann, dem Politkommissar, empfangen. Auch er sprach sehr gut Deutsch, war aber Russe. Er erklärte uns, nachdem die von Flugzeugen abgeworfenen Flugblätter mit der Aufforderung zu kapitulieren nicht beachtet worden sind, wird in den nächsten Tagen ein Großangriff zur Zerschlagung des Kessels beginnen. Sie haben hier schon einen Teil von dem gesehen, was an Panzer und Geschützen breit steht. Jeder Widerstand wäre sinnlos. Man müsse alles tun, um hohe Verluste zu vermeiden. Er bot uns an, zurückzugehen, unsere Kameraden davon zu überzeugen, sich zu ergeben, ehe es zu spät sei. Er betonte noch, dass wir seinen Vorschlag ablehnen könnten, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Wir überlegten, vielleicht ist das eine Möglichkeit, der Gefangenschaft zu entkommen. Vielleicht können wir wirklich helfen. Wir trauten uns aber auch nicht, den Auftrag einfach abzulehnen. Also stimmten wir zu. Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt, erhielten Propagandamaterial, wurden an die vordersten russischen Stellung gebracht, bekamen die Losung mitgeteilt und zugesichert, dass nicht geschossen wird. Mit gemischten Gefühlen und Flugblättern marschierten wir los, um Gefangene zu machen oder selbst zu verschwinden. Als es dämmerig wurde, sahen wir eine Gruppe deutscher Soldaten und entschieden uns, mit ihnen zu reden. Doch kaum hatten wir damit begonnen, richteten sich zwei Maschinenpistolen auf uns. Es handelte sich nämlich um eine Gruppe Gefangener, die unter russischer Bewachung zurückgeführt wurden. Alles Reden und Vorzeigen der Flugblätter nutzte nichts. Die beiden Rotarmisten reihten uns in die Gruppe ein und wir marschierten zum zweiten Mal in die Gefangenschaft. Irgendwann kamen wir wieder an den Ort, wo wir den Auftrag erhalten hatten. In der Nähe der Kommandatur erkannten wir einen Offizier und machten uns bemerkbar. Auch er erinnerte sich an uns. Nach einem Gespräch mit unseren Bewachern brachte er uns wieder zu Kapitan Reutemann, der uns seine Anerkennung aussprach. Außerdem bekam jeder von uns eine Bescheinigung darüber, welchen Auftrag wir bekommen und erfüllt hatten. Er bescheinigte uns, dass wir mit 68 Mann zurückgekommen waren. Diese Bescheinigung sollten wir bei der Ankunft im Lager vorzeigen. Wir haben das Trommelfeuer erlebt, mit dem am nächsten Tag der angekündigte Angriff begann und wir konnten uns danach davon überzeugen, was uns erspart geblieben war. Unser nächstes Ziel war das Auffanglager in Krivoi-Rock. Auf dem Marsch in das Lager nahmen uns die begleitenden Posten, Fotoapparate, Uhren, Schmuck, Fotos und so weiter ab. Auch gute Lederstiefel fanden Abnehmer. Das Lager bestand aus mehrstöckigen Steingebäuden. Der Zustand der Gefangenen war sehr schlecht. Die Strapazen des Rückzuges, die fehlende Verpflegung hatten die Gefangenen geschwächt und Krankheiten ausgelöst. Ich habe gesehen, wie auf dem Marsch ins Lager im Müll noch etwas Essbarem gesucht wurde und wie man Wasser aus Pfützen oder Spuren von Fahrzeugen trank, obwohl unmittelbar daneben Tote lagen. Ich habe erlebt, dass ich ein durch Durchfall so geschwächter Kamerad nicht auf der Latrine halten konnte und in die Grube fiel. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Wir schliefen in den Räumen auf dem Steinboden. Jeden Morgen ging ein Kommando durch die Räume, um die einzusammeln, die die Nacht nicht überlebt hatten. Der Abtransport ging ganz einfach vonstatten. Die Toten wurden an den Beinen angefasst und einfach so aus dem Raum gezogen. So ging es auch die Treppen hinunter. Dabei fiel der Kopf von einer Stufe auf die andere. Das war kein schönes Geräusch. Aufgrund der Bescheinigung von Kapitan Reutemann wurde ich dem Brotkommando zugeteilt. Wir fuhren täglich zur Bäckerei und mussten Brot für das Lager abholen und verladen. Außerdem wurden wir außerhalb des Lagers privat untergebracht. In der Freizeit konnten wir dort leichte Arbeiten übernehmen und bekamen manchmal etwas zugesteckt. Dadurch bin ich zunächst von schweren Krankheiten verschont geblieben und habe den Anfang der Gefangenschaft ganz gut überstanden. Die nächste Etappe war das internationale Arbeitslager in Zaporozhye. International war es, weil Deutsche, Österreicher, Tschechen Bulgaren, Ungarn, Rumänen, Italiener und Japaner zusammengewürfelt worden waren. Arbeitslager? Jeden Tag marschierten große Kolonnen in das 30x40 Kilometer große zerstörte Industriegebiet, um aufzuräumen und aufzubauen. Wir schliefen in Baracken auf zwei- und dreistöchigen Pritschen, immer fünf Mann nebeneinander. Wollte sich einer auf die andere Seite drehen, mussten das alle tun. Drehte sich einer nicht mit, war er, gestorben. Das war am Anfang öfter der Fall. Die Beleuchtung bestand aus Öllampen, die wir aus kleinen Konservendosen bastelten. Der Rauch und Gestank war stärker als das Licht, das sie gaben. Sie konnten deshalb nicht immer brennen. Streichhölzer gab es nicht. Zum Anzünden wurden mit Feuerstein und einem Stück Metallfunken geschlagen. Die Holzpritschen gehörten uns nicht allein. Wir teilten sie wie mit den Wanzen. Sie wurden einfach an der Wand hinter der Pritsche zerquetscht. So kamen wir allmählich zu einer schönen rotbraunen Tapete. Ein anderes Problem waren die Läuse. Mit Daumennägeln war da nichts mehr zu machen. Es ging jetzt im Großeinsatz gegen das Ungeziefer. Der hieß Entlausung. Baracken oder brigadeweise ging es in den entsprechenden Bau. Jeder bekam einen Drahtring mit einer Nummer. Auf den wurde alles aufgezogen, was man besaß. Die ganzen Bündel kamen in den Entlausungsofen. Splitternackt ging es dann zu den Friseuren, die alle behaarten Stellen vom Kopfhaar bis zu den Schamhaaren mit mehr oder weniger scharfen Messern abrasierten. Die abrasierten Stellen wurden mit einer weißen Desinfektionsflüssigkeit eingepinselt. Durch die Hitze hatten nicht nur die Läuse, sondern auch unsere Sachen gelitten. Die Entlausung wurde oft wiederholt. Die Nähte platzten auf, Ärmel und Taschen machten sich selbstständig, Nähnadeln waren, wie alle spitzen und scharfen Gegenstände, im Lager verboten. Ein Stück Elektrokabel zerlegt in die einzelnen dünnen Kupferdrähte war ein gutes Nähmaterial. Man brauchte dazu nicht einmal eine Nadel. Ab und zu gingen wir auch baden. Jeder bekam eine Waschschüssel, ein Viertel warmes und ein halbes Liter kaltes Wasser und ein Stück Seife, so groß wie ein Daumennagel. Dann konnten wir so richtig plätschern. Später haben wir richtige Duschen eingebaut. Als wir ins Lager kamen, gab es einen einzigen Hahn für Trink- und Waschwasser. Oft wurden wir mehrmals in der Woche geimpft, ohne zu wissen, wofür oder wogegen eigentlich. Besonders unangenehm war es, wenn zwischen die Schulterblätter gestochen wurde. Dann gab es auch noch regelmäßige Arbeitsgruppenuntersuchungen. Hierbei ging es nackt im Gänsemarsch an der Ärztin vorbei. Ein kurzer Blick, ein Griff in eine Arschbacke und schon stand die Arbeitsgruppe fest, die notiert wurde. Es gab vier Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe 1 konnte für die schwersten Arbeiten eingesetzt werden. Die vierte Gruppe arbeitete nur im Lager. Zweimal am Tag fanden Zählappelle statt, egal was für Wetter war. Das konnte ganz schön lange dauern, denn man kann sich ja so leicht zählen. Fehlte einer, musste erst geklärt werden, wo er war. Ab und zu versuchten Kameraden abzuhauen. Sie kamen meist nicht weit und wurden ins Lager zurückgebracht. Man sah ihnen an, dass es ihnen nicht gut ergangen war. Um mögliche Fluchtversuche zu verhindern, gab man uns auch kaum die Möglichkeit, die russische Sprache zu erlernen. Die Verpflegung war sehr einseitig. Je nachdem, was geliefert worden war, gab es wochenlang Suppe oder Karsche aus Mehl, Mais, Hürse oder Soja. Bei Erbsen und Bohnen gab es kleine Käferchen dazu. Obst oder frisches Gemüse gab es nie. Die Suppe wurde an der Küche in Blechschüsseln für je zehn Mann ausgegeben. Es wurden Zehnergruppen gebildet, in denen jeder eine Nummer von eins bis zehn hatte. Nummer eins holte die Schüssel, Nummer zwei verteilte sie mit einer selbst gebastelten Kelle, Nummer drei bekam den ersten Schlagsuppe, dann ging es reihum, bis alles verteilt war. Diese Reihenfolge wurde eingehalten, damit jeder etwas Dickes und Dünnes erhielt. Bei der nächsten Essenausgabe holte dann Nummer zwei die Schüssel, Nummer drei verteilte und so weiter. Später wurde die Suppe in großen Holzkübeln direkt in die Baracke geholt. Die Brotverteilung sah ähnlich aus. Nummer eins holte das Brot, Nummer zwei teilte das Brot in zehn gleiche Teile. Als Messer wurden dünne, Drähte und als Hilfsmittel selbstgebastelte Vagen verwendet. Nummer drei verteilte und Nummer vier bekam den ersten Kanten und so weiter. Zum Brot holen mussten zur Sicherheit, besonders wenn es dunkel war, besser zwei oder drei Mann gehen. Manchem Brotholer wurde ein Bein gestellt und dann war das Brot weg. Meist war es ein rumänisches Bein. Tabak und Zucker wurden ebenfalls genauso verteilt, denn das waren beliebte Tauschobjekte. Zum Beispiel Zucker gegen Tabak, Tabak gegen Brot, Brot gegen Rotkreuzkarte und so weiter. Der Tauschmarkt erweiterte sich ständig. Wer mit Rumänen tauschen wollte, musste sehr aufpassen. Sie boten zum Beispiel eine Büchse Zucker an. Der Zucker war aber nur eine kleine Schicht. Der große Teil darunter war klein gestoßenes Glas. Es gab nicht wenige, die schnell nach Hause wollten und meinten, wenn wir schwach, krank und arbeitsunfähig sind, schickt man uns mit den ersten Transporten nach Hause. Sie tauschten ihr Brot gegen Tabak, rauchten viel, kochten sich auch Tee aus Tabak, tranken ihn, bekamen Fieber und so weiter. Viele von ihnen haben dann das Lager wirklich bald verlassen dürfen, aber auf dem Leiterwagen, mit dem täglich die Toten weggekarrt wurden. Andere hofften noch immer, trotzdem wir schon mehrere Monate im Lager waren, auf die Befreiung durch deutsche Truppen. Sprengungen auf Baustellen wurden für Gefäßlärm der anrückenden Truppen gehalten. Auf Baustellen schleppte ich Eisenbahnschienen und Schwellen, karrte Schutt und Steine, das war eine richtige Knochenarbeit. Außerdem wurden wir immer wieder mit Davai, Davai angetrieben. Dann bekam ich Typhus und eine doppelseitige Lungenentzündung. Ich hatte hohes Fieber und immer Durst. Ich trank alles, was ich erreichen konnte, sogar das Waschwasser vom Sanitäter. Irgendwann und irgendwie kam ich wieder auf die Beine. Ich wog nur noch 47 Kilo und war sehr schwach. Schon beim Blick auf größere Unebenheiten wurde es mir schwindelig. An diesem Zustand änderte sich längere Zeit nichts. Ich ging wieder zum deutschen Arzt, der sagte zu mir, wenn es dir morgen noch nicht besser geht, weise ich dich ins Lazarett ein. Am gleichen Tag fand aber auch eine Arbeitsgruppenuntersuchung statt, durch eine russische Ärztin, an der ich auch teilnehmen musste. Sie schrieb mich, mir unverständlicherweise, arbeitsfähig und ich musste am nächsten Morgen mit ausrücken. Zwei Ärzte, zwei entgegengesetzte Entscheidungen. Heute weiß ich, wäre ich ins Lazarett eingewiesen worden, wäre ich nie wieder aufgestanden. So kam ich aus dem Lager heraus, habe in der Sonne gesessen, mit einem Hammer Drähte gerade geklopft oder etwas ähnliches gemacht und bekam ein Stück Brot extra. Langsam ging es mir dann wieder besser. Später kam ich in eine Baubrigade, siebte Sand, rührte Mörte an und schleppte Ziegelsteine. Als ich das satt hatte, lernte ich Mauern und Putzen. Ein Maurermeister aus unserer Brigade nahm mich ziemlich hart ran. Setzte ich eine Ecke oder einen Pfeiler schief an, trat er das Ganze um und ich durfte in der Mittagspause von vorne anfangen. Er sagte, keiner zwingt dich, es ist dein freier Wille, aber wenn du von mir lernen willst, dann streng dich an. Er hat mir eine Menge beigebracht. Ich mauerte Wände, Kachelöfen, Küchenherde, Schornsteine. Ich verputzte Wände und arbeitete auch als Stuckateur, brachte plastische Stuckverzierungen an Decken, Rosetten, Wänden und Säulen an. Ich gehörte zur besten Brigade des Lagers. Unsere Arbeitsnormen erfüllten oder übererfüllten wir immer. Das schafften nicht alle Brigaden. Oft hatte der Natschalnik besondere Aufgaben für uns. Mal waren es besonders schwierige, zum Teil auch gefährliche, Arbeiten. Meist aber drängte die Zeit und bestimmte Arbeiten mussten unbedingt abgeschlossen werden. Dazu waren besondere Anstrengungen erforderlich. Unser Brigade handelte dann aus, wie hoch die Normerfüllung anerkannt wird, wenn wir die Aufgabe schafften. Wir gingen dann mit 200, 300, 600 und einmal sogar mit 2000 Prozent zurück ins Lager. In solchen Fällen wurden wir dann von der Lagerkapelle am Tor abgeholt, zur Bracke geleitet und es gab zusätzliche Verpflegung für uns. Dann wurden Installateure gebraucht. Trotzdem ich so etwas noch nie gemacht hatte, meldete ich mich. Nach einer kurzen Prüfung meiner Fähigkeiten war ich Brigadier der Installateurbrigade. In einem ausgebrannten Haus mit vier Etagen hatten wir Warm- und Kaltwasserleitungen, Dampfheizungsanlagen, Badezimmer und Kücheninstallationen anzulegen. Es war eine mühsame Arbeit, die alten, eingebrannten und verrosteten Anlagen auszubauen, auf ihre Verbindbarkeit zu prüfen, eventuell notwendigen Ersatz zu finden und wieder einzubauen. Wir haben es geschafft. Auch im Lager veränderte sich ständig etwas. Wasserleitungen und Abflüsse wurden in Feierabendarbeit gelegt, die Baracken ausgebaut, Werkstätten für Schmiede, Schlosser, Tüschler, Schneider, Schuhmacher waren entstanden. Das erforderliche Material wurde auf den Baustellen organisiert. In den großen Kisten, in denen sich am Morgen die Verpflegung befand, die auf die Baustellen mitgenommen wurde, befand sich bei der Rückkehr alles, was gebraucht wurde. Das waren zum Beispiel Elektromaterial, Wasserhilne, Fliesen, Glas, etc. Rohre, Eisenstangen und Holz wurden zwischen den Reihen versteckt. Es war nicht wenig, was auf den Baustellen verschwand. Manchmal wurde etwas übertrieben. Dann gab es Beschwerden der Betriebe bei der Lagerleitung. Damit das Material bezahlt werden konnte, mussten wir dann am Wochenende arbeiten. So allmählich wurden die Zustände im Lager besser. Es entwickelte sich ein gewisses kulturelles Leben. Wir hatten einen 80-Mann-starken Chor, eine Bibliothek mit 2500 Bänden und sogar ein eigenes Radioprogramm. Musiker, Schauspieler fanden sich zusammen, bereiteten Theateraufführungen und Veranstaltungen vor. Wir sahen zum Beispiel Goethes Egmont, die Operette Das Land des Lächelns und Im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Veranstaltungen mit dem Titel Freunde, das Leben ist lebenswert oder ähnlichen Inhalt fanden statt. Alle Frauenrollen wurden von Männern gespielt. Frauenkleider und Unterwäsche wurden gekauft oder vom Theater ausgeliehen. Es war immer etwas los, wenn Sonntag vor den Aufführungen eine Frau in Unterwäsche seidenen Strümpfen durch die Bracke ging. Bei den Aufführungen gab es sogar Balletteinlagen. Da saß dann der russische Arbeitsinspektor und andere mit im Zuschauerraum und riefen mit Begeisterung Höher, Höher und meinten die Beine. Fanden Sonntags Fußballspiele von Mannschaften der einzelnen Nationalitäten statt, hatte natürlich auch eine Frau Anstoß. Bei einem Fußballspiel zwischen Deutschland und Rumänien kam es zwischen den Mannschaften und den Zuschauern zu einer solchen Schlägerei, dass die Russen eine Maschinengewehreinstellung bringen mussten, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Sonst herrschte im Lager eine strenge Disziplin und Ordnung. Verantwortlich dafür waren vor allem die Baracken Ältesten. Oft kamen diese aus Strafkompanien oder waren geübt im Umgang mit Kriminellen. Widerspruch wurde nicht geduldet. Mit ihren Methoden und ausgesuchten Helfern setzen sie alles durch. Am härtesten wurde Diebstahl bestraft. Diebe wurden oft krankenhausreif geschlagen. Das wurde so geschickt gemacht, dass es keine Zeugen gab und sich niemand beschweren konnte. Nachts gab es die sogenannte Lagerpolizei, die für Ordnung sorgte. Sie war mit Knüppeln bewaffnet. So mancher, der nachts zur Latrine musste oder sich aus einem anderen Grund außerhalb der Baracken befand, bekam die Knüppel zu spüren. Oft wurden solche Nationalitäten eingesetzt, die auf uns Deutsche nicht gut zu sprechen waren. Dann war besondere Vorsicht geboten. Der Wettbewerb um die schönste Baracke gab den Baracken Ältesten die Möglichkeit, sich immer neue Aufgaben auszudenken. Wir haben zum Beispiel rund um die Baracke Blumenbeete angelegt, haben Sitzbänke aufgestellt und die Wege befestigt. Der Waschraum wurde gefließt. Die jahrelange Arbeit im Lager hat sich gelohnt. Aus einer Sandwüste mit verkommenen Baracken und Pferdeställen war ein Musterlager geworden, zumindest äußerlich. Aber es blieb ein Lager mit all den Problemen, die die Gefangenschaft mit sich bringt. Als sich das Vertrauen zu den Gefangenen gefestigt hatte, sagte sich die Lagerleitung, warum sollen wir so viele Soldaten zur Bewachung der Gefangenen auf den Baustellen einsetzen. Es wurde eine Hilfstruppe aus Gefangenen gebildet, die durch eine Armbinde mit dem Buchstaben BK gekennzeichnet wurde. Ich war auch ich marschierte nun nicht in, sondern neben der Kolonne. Ich arbeitete auch nicht mehr, sondern stand auf einem der Wachtürme oder machte Kontrollgänge auf der Baustelle. Auf einem Kontrollgang blieb ich an einem Hochofen stehen, der gerade neu ausgemauert wurde. Eine Ladung Steine, die mit einem Kran hineingelassen wurde, blieb irgendwo hängen, riss sich mit einem Ruck wieder los und durch wissen worden, hätte ich einiges abbekommen. Beim nächsten Kontrollgang war schon Brezhnev da, der zurzeit Bezirkssekretär der Partei in Zaporozhye war, um den Schaden zu besichtigen. Wie viel Vertrauen man zu uns hatte, zeigt folgendes Beispiel. Auf meinem Beobachtungsturm kam regelmäßig ein Russe, lieferte sein Gewehr bei mir ab und besuchte dann seine Freundin. Ich musste ihn rechtzeitig warnen, wenn Kontrolle kam. Dazu hatten wir ein Zeichen ausgemacht. Natürlich spielte die politische Propaganda eine große Rolle im Lager. Es gab ein Antifa-Aktiv, das diese Arbeit gestaltete und koordinierte. Es wurden Vorträge und Aussprachen zu bestimmten Themen angeboten. Es wurden gute, alte und neue russische Filme gezeigt. Die Zeitung vom Nationalkomitee Freies Deutschland stand zur Verfügung. Es in jeder Baracke gab es eine Wandzeitung. Das alles sollte dazu beitragen, dass sich jeder eine eigene Meinung bilden konnte. Meine Schrift auf den Karten, die ich nach Hause schrieb, war aufgefallen. Und man fragte mich, ob ich bereit sei, die Wandzeitung zu schreiben. Um den Inhalt brauche ich mich nicht zu kümmern, nur um die Gestaltung. Was sollte ich machen? Ich bekam immer 8-12 Artikel vom Antifa aktiv, als Papier wurden zerlegt und geglättete Zementbeute benutzt, Tusche, Federn und ein wenig Farbe wurden organisiert. Beinahe hätte mich eine Wandzeitung in große Schwierigkeiten gebracht. Ein Artikel befasste sich mit dem Blut Mai in Berlin und hatte die Titelzeile Das darf nicht wieder vorkommen. In einem anderen Artikel wurde berichtet, wie der 1. Mai in der Sowjetunion erlebt wurde mit dem Titel 1. Mai in der Sowjetunion. Unbeabsichtigt standen beide Artikel nebeneinander und es war schön groß zu lesen 1. Mai in der Sowjetunion das darf nicht wieder vorkommen. Ich wurde zum Politkommissaren bestellt und gefragt, was ich mir dabei gedacht hätte. Es kam zu einem längeren Gespräch, in dem ich viele Hinweise erhielt. Wochen später wurde ich wieder zur Politkommissarin gerufen. Mir ging schon die Muffe, konnte mir aber nicht vorstellen, was ich falsch gemacht haben könnte. Aber ich wurde freundlich empfangen. Nach einem allgemeinen Gespräch über das Lagerleben kam sie auf den Punkt. Die Entlassung und Heimreise käme mir immer näher. Sie möchte mich aber gerne vorher noch auf eine Antifa- Schule schicken. Ich würde dann nicht mehr ins Lager zurückkommen, sondern von der Schule gleich nach Hause fahren. Sie betonte mehrmals, dass ich keinen Nachteil hätte, wenn ich ablehne und gab mir zwei Tage Zeit zum Nachdenken. Mit drei weiteren Lageransassen und einem Begleiter fuhr ich über Moskau nach Riga zur zentralen Antifa- Schule. Den gleichen Stoff, der in der Karl-Marx- Hochschule in Berlin in einem zweijährigen Studium vermittelt wurde, erarbeiten wir in sieben Monaten. Die Lektionen wurden von den besten Professoren gehalten, die auch lange Zeit an der Karl-Marx- Hochschule lehrten. Ich habe, wie alle anderen auch, viel mitgeschrieben. Leider habe ich die Aufzeichnungen, die uns nachgeschickt werden sollten, nie erhalten. Schrift und Inhalt unserer Briefe hatten sich so verändert, dass die Frau eines Kursanten anfragte, was ist mit dir los, warum schreibst du nicht Jahren habe ich viel gelernt. Bereits während des Krieges und vor allem im Lager hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und mir vorgestellt, was auf der Welt und in unserem Land verändert werden müsste. Die Idee des Marxismus kam dem entgegen. Ich war von ihrer Richtigkeit überzeugt und glaubte an ihre Verwirklichung. Während eines Seminars wurde einmal ein Zeitungsartikel behandelt, mit dem ich mich schon beschäftigt hatte. Deshalb schweiften meine Gedanken ab zu einem Bild, das Heimkehrer aus englischen und französischen Lagern zeigte. Dabei malte ich das Bild des Heimkehrers aus der Sowjetunion mit der Schubkarre. Tischnachbarn von mir wurden aufmerksam und entwendeten mir die Zeichnung, die nun durch das Seminar wanderte, bis sie beim Seminarleiter landete. Ich wurde aufgefordert, eine Stellungnahme Nach ein paar Tagen war meine Stellungnahme verschwunden. Dafür wurde ich von zwei Seminarleitern zu einem Rundgang aufgefordert, der eine Stunde dauerte. Sie erklärten mir, wesentlich ist nicht, dass ich gemalt habe, sondern was ich gemalt habe. Ich solle über meine Haltung zur Frau nachdenken, wo bei mir die Ursachen für solche Malereien lägen und so weiter. Ich bekam einen Hinweis, welche Bücher ich aus der Bibliothek holen und lesen sollte. Dann wurde mir 14 Tage Zeit für eine neue Stellungnahme gegeben. Meine drei DIN A4 Seiten umfassende erneute Stellungnahme wurde dann in der Seminargruppe besprochen. Erst dann war die Sache abgeschlossen. Zum Abschluss noch ein Beispiel dafür, wie in der Schule gearbeitet wurde. Aus irgendeinem Grund hatte man den Verdacht, dass bei einem Kursanten irgendetwas nicht stimmt. Der Seminarleiter erzählte Ich war heute Nacht im Schlafraum, irgendwer hatte offensichtlich einen schlechten Traum, war unruhig. Wer Probleme hat, soll ruhig zu uns kommen und sich aussprechen. In ähnlicher Weise wurde das mehrmals gemacht. Dann kam der Betreffende und legte ein Geständnis ab. Er hatte mit anderen zusammen mehrere russische Frauen vergewaltigt, sie nackt im Winter aus dem Haus sehen. Am 13. Juli 1949 wurde ich aus der Gefangenschaft entlassen und konnte endlich nach Hause fahren. Viele Seminarleiter und Kursanten habe ich wieder gesehen. Sie arbeiteten in Berlin beim Zentralrat der FDJ im Ministerium für Volksbildung oder der Partei. Mein Seminarleiter war zeitweise mein Chef im Ministerium für Volksbildung. Nachdem ich nun diese Seiten geschrieben, gedruckt und gelesen habe, müsste ich eigentlich von vorne anfangen, denn das Ergebnis befriedigt mich nicht. Es fehlt so vieles. Vorhandenes müsste besser beschrieben und ausgebaut werden. Die Kriegserlebnisse vermitteln kein Bild von den wirklichen Grausamkeiten des Krieges. Die Zeit der Gefangenschaft war viel härter. Viele sind an den Zuständen zerbrochen. Das Beschriebene erweckt aber leider den Eindruck eines gemütlichen Lagerlebens. Heinz Ludwig Sous S Vielen Dank.